Hallo! Wir sind immer noch beim Wurm. Aber wir sollten es noch mal versuchen, es gut hinzukriegen. Ja, wir nehmen mal ein paar Waffen mit. Falls wir den doch noch bekämpfen müssen. Obwohl, momentan sieht es ja noch so aus, als würde es nur um Flucht gehen bei dem. Was ja eigentlich ganz... Da habe ich ja nichts gegen. Alright, let's try to run past the bastards. That's me! Don't, don't, don't. Just run away. Fuck off you fucker! What a cunt bad guy. What a cunt bad guy! Ich habe keine Heilsachen mehr. Oder heilen die blauen Herbs auch? Nee, ne? Sind nur gegen Gift, soweit ich weiß. Ah, geil! Das ist schon mal gut. Was mache ich denn dann da? Ich checke es nicht. Irgendwie muss ich ja da zur Leiter wiederkommen. Aber nein. Ich meine, die Schalter habe ich nicht hingekriegt. Das war ja okay. Die Schalter waren ja okay. Aber dann zur Leiter wieder. Ich meine, der blieb ja die ganze Zeit da. Oder kann ich den wieder rechts zum Schalter locken und dann schnell erholen? Äh, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mal ehrlich heute. Ich weiß es doch nicht. Meine liebe Leute. Ich wäse da nicht. Ich wäse da nicht. Wenn ich drauf schieße, dann brauche ich dann bestimmt ein ganzes Arsenal. Und ich wette, der kommt dann trotzdem sowieso noch. Okay, now he's a bit of an episode of Bastard. Go away, Pursu. Weißt du, Bastard. Fuck off. Fuck off. You can fuck right off as well. Bloody Bastard. That is what I will call you. Down we go. So. Versuchen wir mal wieder mit den Scheitern das gut hinzukriegen. Denn das ist das dann die halbe Miete. Fuck off. Das ist das dann. Daher we are. Okay, das ist das dann so gut. Daher we are. Das ist das dann. Ja, quickly, quickly, quickly Quickly, I told you for fuck's sake Alright, we did it What a shit bomb, I tell you Where are we now? Oh, we are back here, okay We are back here and we can do it with the train now The fucking Rätsel is done, I think Hello, how are you all? He is saving you Oh, don't worry man, it's okay I couldn't save them either, because I don't want to It looks like we're ready to go Here, take this What's that? Flame rounds I understand I'll operate the cable car, let's go Alright That was awkward What's that? What was we've seen, that thing is a bit Skipped It makes nothing What's going on now? Why do we have to wait here? Oh shit Ah, not that bloody game Fuck off Fuck off Der mit seinem Chef kill, ey Jetzt muss der nochmal hinlaufen, oder was? Ach, nö Do it all again Do it all Do it all Again All of it We need to do it again No, yeah, I got it I will take this with me And also maybe this No, probably not Alright Let's try this out Wie oft muss ich den blöden Nemesis noch in die Schnauze schießen? Ich kotze mich ein bisschen an mit dem Nemesis Er nervt ein bisschen Oh Are you looking for stars? Oh Are you looking for stars? See you later then See you in the train Fuck off Fuck off Fuck off That is just fucking great Oh no Oh no What's happening now Nobody knows Nobody knows Fucking hell Yeah, yeah Fuck off Shit Crap Damn it Hey, hi Yeah What are you doing? What's happening now? Let's go Run quickly No What a key to the key You get in their arm What a key Yes, yes, quickly. Ja, direkt... Waa! Hahaha! Dammit! Bilde vor, man. Der ist auch ziemlich unfair. Wenn er nicht einmal hat, dann beißt er sich direkt zwölfmal. Dreißigmal. So oft er möchte. Der Wurm, der beißt sehr gerne. Vor allem auch mich. Wiss du was, ich versuch mal was. Ich nehme mal diesen Scheiß mit und kombiniere den mal. Wenn das geht. Ich meine, irgendwie muss das ja halbwegs nützlich sein. Bis jetzt haben wir doch noch keine... ...keine Gegner gehabt, die... ...die einen vergiften können, oder? Wozu soll das denn gut sein? Blöder Scheiß, ich brauche richtige Kräuter. Nicht so ein Mist. Dammit. To hell. Now I am running. ...from the pursuit. I hope he doesn't hit me. No, he doesn't. Blödes Arschloch. Fuck off you, fucker. Dammit. Da möchte ich auch. Danke schön. Did it do anything? No. Okay, ja. Aber dann verbaure ich die auch gerne, denn what the fuck, was soll ich da mit tun? Was im Teufel soll ich denn da mitmachen? Yeah, yeah. Oh. I haven't seen this before. Only like ten fucking times. Okay, alright. Hey, yes. Alright, hier ist der Monster, now. Great! Jetzt wird es mir sicherlich sehr leicht fallen. Tränen Kursur zu bekämpfen. Und stärker genug hinten zu sein, um... Awesome! Dass ich auch davor... Bei solchen Spielen beißt es einem dann immer in den Arsch. Wenn man schlecht gespielt hat bis hierhin. Und so viele Heilsachen benutzen musste und so. Denn dann hat man jetzt keine mehr, wenn es gebraucht wird. Weil man gegen den fucking Wurm kämpfen muss und danach gegen den Pessur. Na ja, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ich hab nicht mit dem Shit abgelegt, was muss ich eigentlich machen. Denn so viel muss getan werden. Put it away, please! That's better! Take this with me! Take this with me! And now let's get the fuck out of here. Ich mag keine großen Würmer. Außer in dem Film, äh... Angriff der Raketenwürmer oder so. Raketenwürmer ist so ein geiles Wort. Raketenwurm. Oh no, it's a Raketenwürmer. Oh, der Nebenmensch. Fucking loser. Brauchst du noch einen extra, ja? Alter, Mann. Besser. There we are. Ich habe eine bessere Chance gegen den bürden Wurm. Da, aber... Das hat mich jetzt aber erschrocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kann ich hören. Oh no, we fall down. Das meinte ich mit genießen, dass wir diese Cutscenes alle mal sehen dürfen. Guck mal, wie schön es ist. Arr! Ein Wurm. All right, so run away. Lower the ladder, please. All right, we can do it. Yes, we did it. Perfectly, actually. So. Wir können auch wieder zurückgehen. Aber kann sein, dass der Pursuer da auch wartet. Und ich meine, wir haben sowieso noch ein Speicherding und, naja. Ich kann genauso gut einfach versuchen, jetzt direkt alles richtig zu machen. Und nicht gegen den blöden Pursuer zu verlieren. Obwohl er eigentlich nur seinen Final Move machen muss und ich bin tot. Es leuchtet. Es leuchtet. Ja, das kennen wir ja schon. Es sieht, wie wir sind bereit, um zu gehen. Hier, take this. Ich will take this. Ja, danke, Mann. Okay. Uh, Nikolai won't be joining us. I understand. I understand. Gut, dass wir direkt wieder in einer guten Stimmung sind. Denn alles andere wäre mir... Oh, don't worry, Mann. It's okay. It's looking good. Ja, das möchte ich aber eigentlich nicht mehr schauen. Ja, das möchte ich aber eigentlich nicht mehr schauen. Nein, 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 nein läuft fantastisch ich würde sagen aber es ist sehr sehr easy das ganze jetzt noch zu machen ohne heilung wollte das doch sehr einfach sein darum sage ich mache es in der nächsten folge und zwar direkt in den ersten drei sekunden ist das gemacht der wurm wird überwunden und der namens es wird besiegt denn das ist einfach alles easy komm bis jetzt war eigentlich auch nur übung und nur zum spaß mich gestorben mehrmals aber danach nächste folge werde ich euch zeigen wie es geht wir sehen uns dann auf der see